hallo von 9 folge ja leute und willkommen zu neuen folge und heute haben wir eine mission in die seh zum hintergrund wir haben im plan wir haben letzte folge diesen typen verhört da wollten wir wissen was sie im dorf wollten was der plan ist was die schwerter sind ich krieg gerade seinen ganzen plan nicht mehr hin sollte ich einfach die letzte folge an und sie haben einfach leute die schwerter geklaut das ist unsere heutige mission die schwerter wieder zu bekommen weil die sind essentiell die brauchen die irgendwie ein zu bindemittel für deren plan und das müssen wir natürlich aufhalten leute denn wir haben hier einmal eine warpage zu deren komischen kreuzer bekommen aber erzählt ich habe leute was ich erst mal machen wollte ich wollte entschaden leute bei entschaden ist wichtig und richtig und muss schon sagen diesen grünen aspekten sieht man haut schon geil aus also immer wichtig zu minecraft schön mit grün arbeiten dann sieht das alles sehr 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 geil aus so wir haben sharpness wir haben geht looting looting geht ja ja einmal feier aspekt repa 3 geht auch flim flam okay flim flam geht nicht mehr perfekt okay reaper 3 looting 3 feier aspekt bar und mein schwert ist gut entschadet aber ich würde auch gerne reparieren können was halt in der früheren version der mod ging nur mittlerweile nicht also ich mal gucken wie ich urgen reparieren kann so keine ahnung leute aber unser schwert ist bereit kann ich noch irgendwie bogen warte bogen jetzt kann ich runter machen oder was ich hier power wo ich kann auf power 3 machen und findet dies wichtig und richtig okay oder ich bin ich habe nicht genug ich habe nicht mal feile warum will ich was entschaden wenn ich nicht mal feile habe können wir es dann erklären warum habe ich keine feile warum bin ich so los da keine feile hallo game perfekt ja ja ich bin vorbereitet ok leute ich hier nochmal die case ist warm 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 hier really zwei prozent bogen in sein full ok ich habe guten stuff eigentlich so wir könnten mal so einen shop aufmachen wo die ganzen rüstungs zeug und so ein ganzes ab wie ich jetzt nicht mehr brauche reinpacken aber egal leute was noch zwei wurde mir jetzt mal aufgefallen letztens nach der folge hier wenn man sich das anguckt sie erhöhen dieses gefängniseingang sieht schon sehr wert und was ist das letztes in letzter zeit in knochensager und wie alle zwei folgen oder gefühlt manchmal habe ich das einfach das game läuft flüssig oder ok jetzt regnet jetzt verstehe ich fängs an standbilder haben zu legen und aus dem grund mache ich immer minecraft aus wie gerade gemerkt habe mein game legt mich aber ich mache regen aus warum habe ich jetzt oben links eine 1 ich steig in dem game nicht mehr durch leute aber ja ok leute ich würde sagen wir sind vorbereitet und alles ja haus sieht bombe aus ich glaube ich bin für den offensiv angriff vorbereitet ich würde sagen wir gehen rein da leute ich sehe nur dass ich falle nein leute wo sind wir hier spieler hilfe hilfe ich will nicht diesen beruf dieses biome berühren was ist das hier ja ich wollte nicht diesen effekt mit heute wir müssen erst mal uns die sachlage angucken mein spiel ist am sterben wo sind wir hier gelandet leute was ist das bitte für ein schiff alter das ist schon so ein kreuzer leute guckt euch diesmal an hier alter junge hier ist ja alles versifft komischen seuche alter plus leute sind es ist diese ausgesaugten planeten wir felschen strahl es ist nicht mehr gesund leute wirst du hier veranstalten das komischen viecher alter war leute alter es geht bitte bei meinem game ab junge bis in die distance runter mensch derp game weil wir sind vorbereitet wir können endlich hoch fliegen in den angriff wo ist jetzt ein ort reinzukommen quer mit der tnt wir könnten was zu ah leute hier sind hier sind lupen wo wir rein können hier ok ich lasse es mit den dingern ich gehe hier rein hier spatz item in game lag hilfe hilfe wie soll ich so kämpfen wenn es lag die werden schon nicht töten trotz junge alter was alter ich krieg aggression wenn ich die knochensager spiele ich bin leute das ist dann nicht mehr feierlich mein game hier leckt was geht bei diesem creeper ab warte leute ich logge jetzt hier einfach hier seid ihr doch nicht so dumm ich dachte hier einfach runterschmeißen Leute geil zack weg mit dir weg mit dir einfach weggeheated einfach weggeheated einfach weggeheated wie die da alter was was sind das für moves die die bringen die kommen einfach aus dem nichts warte zeig hier guck mal Leute so geht man die easy die einfach das geht die sind ja so weg leute hier ich würde sagen wir werden knochen wir werden dings skaten muss so einfach retten leute vor diesen fischern weil die können echt gar nix es sind echt so ne wackos okay ich erinnere nur zwei folgen davor wo die mich gekehlt haben aber egal zack so okay na ist wir im case bekommen finde ich gut ähm hier sind auch noch welche die können wir ja mal man jetzt könnte ich mal punch gebrauchen zack ich wollte eigentlich runterschleudern aber okay so ähm hier du kannst noch den hier batz du wirst dann daran sterben okay ich würde sagen wir gehen hier weiter hier ist die treppe wo es lang geht äh Rainer batz nicht bei der tür stehen bleiben weil sonst wird man hier noch attackiert so bam zack ähm oder ich werde so auch attackiert perfekt batz batz hier hier kriegt ihr euren Freund zack wir sind die ersten auch schon tot ist gut Leute hier ich bin wieder mal der Eckenlunger man kennt mich auch unter den Eckenlunger weil ich immer in der Ecke Lunger von dem an Bord spiel joh joh was ist das was ist das wenn ich gegen die kämpfe ist doch nicht normal wenn ich jetzt in den Kampf mit diesen Viechern gehe dass ich so ja der ich weiß nicht dass mein game so hart leckt so wie viele sind hier denn Junge bam Junge Alter was ist das für eine Armee Junge hier ja frailer ist frailer wieder hier was mein gott vielleicht schaffen wir sie ihr müsst die fusion beginnen was für eine fusion warte geht es jetzt immer noch um die schwerter oder was wollen die machen hä es geht bei euch ab hä was hab ich jetzt schon wieder verpasst was ihr seid doch der 87er B Leute was hab ich hier verpasst warum mach ich das nicht so das ist doch viel einfacher so ihr dürft nicht abgerufen werden was ja ihr seid easy zu quälen ihr seid nur Sturmtruppen ihr seid wackos ihr seid wackos wenn ich mich nicht selbst töte Leute ok ich muss echt aufpassen mit diesem Ding aber hier sind alle tot ja was aber was für frailer die ganze Zeit was was ist das deren Boss so zeig hier deren Boss das Ding alter ich kille ich kille erstmal die Viecher hier was ich muss aufpassen dass ich nicht selber in das Ding rein renne und mich selbst wieder kille zeig hier weg mit euch ein weil wenn die die ganze Zeit mich abschießen ist das schon sau nervig wir müssen gleich gucken was frailer geschrieben hat irgendwie ist frailer nicht hier wahrscheinlich war das so eine Holokom Nachricht oder so zeig hier so und die haben mich nicht gekehlt ich habe mich jetzt zwar mit diesem Teil selbst gekehlt bam hier ich musste ich mal was machen weil die so wack sind und selbst wenn nicht sterben zack ich sehe Leute gut haben wir hier noch irgendwas nein so was war jetzt hier sei doch der Kreuzer 87b ja ihr töten ihr dürft nicht abgerufen wer tötet ich schicke euch zwei Schiffe ihr müsst durchhalten wir müssen ihn wiederholen ihr habt die Brückenteile vernichtet ihn so ja ich komme töten warte sind jetzt hier zweck es sind zwei neue Schiffe auf dem Weg und okay die haben die Schwerter weil die Schwerter werden immer als Brückenteile bezeichnet okay was bist du hä was was ist hier Leute hier denkst du das äh hier Eternity Buds Eternity haben wir schonmal hier aber hier so hier kommt dann wahrscheinlich Orion hin das was sie jetzt haben das haben sie das haben die uns nicht geklaut hier haben wir einmal die Knochenklinge und einmal Sparkle Buds hier tun so als wäre nix aber was die wollen die Schwerter irgendwie fusionieren wenn ich das hier sehe kommt es nur so vor als wenn die Schwerter irgendwie alles zusammen fusionieren in was Neuem kommt da dann neues Brückenteil oder so dieses Brückenteil was die immer meinen aber okay Leute ähm wir hatten da doch unten mal TNT grad gesehen oder nicht ähm ich würd sagen äh wir gehen einmal runter so so und nutzt dieses wenn ich weiß wo es ist jetzt brauch ich mein eigenes TNT wenn ich einfach hier so hier irgendwo hin kann und zack und ich würd sagen genießt die Show wow 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 ich krieg Schaden irgendwie mein Spiel hängt auch eventuell Gut leute würde ich mal sagen wir haben dieses schiff von denen eventuell ein bisschen hops Ja, den triebwerke sind erst mal am arsch so die maschine funktioniert Aber ja leute Gut ich würde einfach sagen das wäre es mit der folge wer zu verhindern lasst eure like Keine weitere wissen passen abonnieren und sonst